Hallo und herzlich willkommen zu Postillon Corona Extra. Täglich erreichen uns neue Meldungen über das Virus, die uns Sorgen bereiten. Doch es gibt auch positive Nachrichten. Zu beobachten Experten derzeit ein interessantes Phänomen, wie der folgende Beitrag zeigt. Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus waschen sich immer mehr Männer nach dem Toilettengang die Hände. Einer von ihnen ist Torben Peters aus Lübeck, der sich zum ersten Mal nach 20 Jahren ans Waschbecken stellte, nachdem er sein Geschäft verrichtet hat. Ja, das war schon echt ein komisches Gefühl. Also wie das Wasser über die Hände perlt und wie glitschig auch Seife ist, das hätte ich nicht gedacht. Ja, aber Gesundheit geht halt vor. Ähnliche Erfahrungen machen derzeit weitere unzählige Männer auf der ganzen Welt. Dabei riechen sie immer wieder an ihren Händen und schütteln danach ungläubig den Kopf. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.